hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft beyond so ich war letztes mal recht blind weil hier gibt es natürlich die blast bricks von immer immersive engineering ja die habe ich völlig übersehen habe ich gar nicht gar nicht auf geachtet dazu brauchen wir bricks metal bricks und blaze powder das haben wir zum teil aber wir müssen auf jeden fall in den meter und dazu brauchen entscheidest wird deshalb brauchen wir ein bisschen gold und stein so und dann müssen wir hier nämlich erst kommen und daneben pattern und zwar ist das hier glaube ich das bereit schritt und dann weiß ich gar nicht was wir für large brauchen weiß ich gar nicht ich bin mir das so schlecht vorbereitet eigentlich habe ich einen guten plan hier dieses also das brauchen wir das haben wir large plate das ist diese hier und zwei mal zwei mal diesen tun wird okay das heißt wir brauchen ein schluss des schwebdings das haben wir gemacht jetzt brauchen wir noch hier dieses teil einmal so gut das müsste es eigentlich sogar schon gewesen sein das hier drauf guck mal da rein gold brauchen wir machen uns da eine pattern draus dann brauchen wir den das ist nicht das dann und dieses teil hier und jetzt müssen wir mal gucken das eins 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 Okay. Manilium ist gut. Hier, sieben. Magma Slime. Resmarium. Ich habe keine Ahnung. Mal wieder. Und Browser hat bloß Silber. Kriege ich das? Ist egal. Ich glaube, wir machen... Ach, weißt du was? Wir haben alles aus. Browser, das reicht nicht. Ach, komm, hey. Du bereitest dich überhaupt nicht vor, Junge. Tut mir leid, Leute. Tut mir wirklich leid. Äh, Silber. Wir machen uns einen Silberschwert. So, und dann brauchen wir noch Meter Quarz. Damit wir das gleich ein bisschen leveln können. Ja. Das muss man halt, ähm, vom Meter danach bitte mitbringen. Nein. Das war jetzt alles zu Elektron. Aber Elektron war... Nee, war nicht so gut. Das war ein bisschen doof. Ja, aber mit was verbindet sich denn das? Mit Gold. Das war das. Das war's. Das war's. Ich hab's zuerst. Das war's. Das war's. Ich hab's. und vor allem wenn ich jetzt ist das silber hier rein macht dann ist wieder gleich weg voll ist ich check's überhaupt nicht ja muss ich mal dazu sagen also elektron haben wir jetzt genug das haben wir das haben wir jetzt brauchen noch zwei von denen da man mal die man einfach aus elektron das wird schon irgendwie nahm ich habe keine ahnung was ich hier eigentlich fabrizier so guck mal was für ein schwärter wir uns jetzt hier basteln dieses also so 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 und so wo wir kommen man hätte running around jumps your tool schon wieder vergessen das mikrofon zu machen moment ich muss mal kurz nach dem fenster gucken fenster war zu so ich wollte gucken weil hier modifiers 1 geht sogar noch was drauf aber 14 attack der mensch ist schon mal gut so wir müssen jetzt in nähte wir brauchen wie das leuchtet wir brauchen nämlich netto briggs und blaze dinger glace powder jetzt bin ich irgendwo bei irgendeinem anderen rauskommen ja shadows team ja toll was will ich denn hier warum bin ich denn da jetzt rausgekommen aha ist es etwa diese enderman fahren ich habe keine ahnung ich brauche auf jeden fall moment ich sollte mir vielleicht unter umständen jetzt ist schon zu spät oder wie hier das netoportal ja guck warum hat er hier ein netoportal gemacht new portal save close so was hat er hier für eine farm wir haben wir haben wir haben wir haben und dann geht es aber ab ich mache das mal wieder aus also geht schon ordentlich ab hier ist total laut der hat mich nur einmal gehittet und nein what the fuck man sind jetzt böse auf mich dann werde ich nämlich gleich wieder sterben sobald ich dort bin ach das ist ja kacke alter warum hat er so eine scheiß farm dahin gebaut ist doch klar dass man da drauf geht aber ich finde es doof dass ich da rauskomme weil wenn ich nachher das portal nutze werde ich sicherlich bei shadow raus landen mal gucken ob ich gleich wieder angegriffen also wenn ich pech ab sind die aggro auf mich ich will weg hier habe keinen bock mehr auf die aber ausgemacht habe ich glaube ich so also wir brauchen blaze rots schwert brauchen wir auch natürlich ich habe keine ahnung wo hier place rots sind vor allem habe ich von denen doch ich habe diese ohrs von denen gekriegt ja aber mehr eigentlich nicht also einiges sondern ist die farm für den arsch die bringt gar nicht viel ich hoffe mal dass ich schnell irgendwie irgendwas findet moment kann ich ja eigentlich so ne kobalt geht nicht schade ja ich brauche ja auch so ein bisschen nettle bricks daher ist es eigentlich gar nicht so schlecht was ich hier mache ähm knochen brauchen wir nicht das brauchen wir nicht das brauchen wir auch nicht aber eigentlich brauch ich blaze rods oder blaze powder also auch pürit brauchen wir das nehmen wir mal mit ja da ist sogar da ist sogar was das ist so schnell hier son so ein ding findet hätte ich nicht gedacht toll 1 habe ich da liegt noch eins und da ist der spawn der ist geil die werden sich hier gar nicht au da ist noch eine kann ich bitte voll ins regen regenerieren damit habe ich zwar mehr leben aber so jetzt kann ich mir das da noch holen oh nein 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 nicht noch mal sterben okay ich möchte mir eine farm bauen so auf die schnelle oder zumindest einen schutz vor den blazes blazes w w w w Oh, ey, bin ich... Oh, irgendwo habe ich ihn gesehen. Oh, komm, werf, schieß. Oh, ouch. So, habe ich dich. Deine Träne würde ich trotzdem gern haben. Ähm, ja, der ist weg. Der ist auch weg. Hier ist die Träne. So, ich habe sieben. Viel ist das ja noch nicht. Du doofes Ding. Ich will doch bloß hier so eine kleine Blazeform bauen. Au. Ja, klar. Könnt ihr mir helfen? Aufsehen. Oh, mein. Äh. 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 Ah. Äh. 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 Ich muss mich verstecken. Jetzt bin ich schneller tot, als ich Amen sagen kann. Wie hat der mich gesehen? Der hat einfach durch die Mauer geschossen. Ich habe Modifier. Ich könnte noch ein bisschen Attack draufhauen. Ich bin 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 ein bisschen Attack draufhauen. so Ja, wir haben schon 25 Minuten. Hier ist ja unglaublich und die sind gerade sehr laut hier. Hier ist ja unglaublich und die sind gerade sehr laut. So ist eigentlich trotzdem nicht gut. So passt es schon eher. So, weil da kann ich zuhauen und die können mich trotzdem treffen. Natürlich sehr dumm. Also ich muss den natürlich irgendwie hier herkriegen. Deshalb muss ich die schon irgendwie. Genau so. Aua, es tut doch weh. So, das war glaube ich noch hier. Noch eine gute Idee. So, jetzt. Also wir haben 12 Blazerots. Ja, das ist schon ein bisschen was. Das war eine reine Neto-Folge hier jetzt. Ähm, ist auch ganz cool. Ich muss natürlich hoffen, dass die hier vorkommen. Das ist ein bisschen suboptimal. Ähm, ich muss mal gucken, welchen Modifier ich draufhauen muss. Dass ich, ähm, alter! Hör! Schießt der hier durch. Eine höhere Drop Chance hab. Und dann. Ich weiß gar nicht. Kann ich von hier aus teleporten nach Hause? Ähm, das werden wir auch gleich ausprobieren. So, wie gesagt, ich muss halt hoffen. Okay, die können ausbrechen. Das ist nicht so gut. Ähm, wo ist mein Waypoint? Portal. Ähm. Oh, ich hab nur noch 40%. Das müsste aber reichen. Ähm. Wie gesagt, ich müsste ausprobieren. Und ich brauch noch ein bisschen Neto-Rack. Ob das funktioniert. Ähm. Dieses TP-Home. Kann man eigentlich jetzt gleich machen. Wenn ich hier noch ein bisschen was gefarmt hab. Zum Beispiel. Was brauchen wir denn nicht? Molten Core. Das hauen wir weg. Weiß ich sowieso nichts mit anzufangen. Wie schon wieder voll. Pyritast. Das nehmen wir natürlich mit. Die Steine lassen wir hier. Komm. Mal richtig bonzig was liegen lassen. Gut. Also. Äh, ja. Nähter Folge. War recht interessant. Fand ich zumindest. Oder für mich war es ziemlich spannend. Einmal gestorben. Ähm. Durch ne. Durch ne doofe Mob-Farm. Also. Sorry. Komm ich da irgendwo durch? Ne. Ich muss außen rum fliegen. Hoffentlich reicht mein Sprit. Ich hab's Gefühl ich verlaufe mich. Komm warte mal. Wenn wir schon hier sind. Nehmen wir das noch mit. Wir haben nur noch ein paar Prozent. Ähm. So. Ist das? Ah ja. Das ist gut. So. So. Dann haben wir nämlich noch Platz. Ich darf natürlich nicht aus dem Auge verlieren, dass ich bald kein Sprit mehr hab. Und wo ist das doofe Portal da? Ja. Ja. Ähm. Wir sind hier jetzt eigentlich schon viel zu lange unterwegs. Aber jetzt. Kommen wir hier grad an die Netterquartz Vorräte. Und die, ähm. Will ich nicht so einfach hergeben. Also. Ich will die mitnehmen. Sagen wir mal so. Da hatte ich einen kleinen Leck. So. Das muss jetzt aber reiten. Ja. Da ist noch mehr. Das Problem ist. Man ist immer so gierig, wenn man was findet. Man muss alles mitnehmen. So. Fertig jetzt. Wir müssen zum Portal. Egal. Dann haben wir keine Energie mehr. Und dann haben wir ein Problem. Wir müssen nämlich noch ein bisschen fliegen. Und vor allem, wenn wir uns nochmal verfliegen. Ähm. Finden wir es sowieso nicht. Doch. Da ist es. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Bin ich mal gespannt, wo ich rauskomme. Bestimmt bei Shadow TS. Und. Nein. Bei meinem. Okay. Interessant. Okay. Gut. Wir sind wieder zu Hause. Ähm. Wir haben einiges gefarmt. Wir haben eine kleine Blaze Rod Farm gebaut. Ähm. Wir können jetzt in der nächsten Folge hoffentlich durchstarten. Mit. Ähm. Mit dem Blaze. Ähm. Blast Furnace. Und ich bedenke mich bei euch für das Zuschauen. Obwohl es eine sehr lange Folge war. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Toller. 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 Toller.